Toll. Patrick, what are you doing? Bist du irgendwo in Leck, oder was? Ja. Ich komm nur grad dort nicht hin. Ah, okay. Ich glaub, du hast es selber grad auch bemerkt. Ja. Entschuldigung? Feuer, wie dann? Das kannst du vergessen. Ich werde das mit dem Power of Copperstone fixieren. Warte, weg. Okay. Ich geh in. Ruhe ist. So, fixer. Ruhe. Das ist jetzt wohl im Gefisch. Ruhe da. Gefällig. Ruhe ist. Hat schon meine Großmutter gesagt. Hm. Bumm. Bumm. Hast du dich eigentlich schon für die Gigante angemeldet? Ah ja. Hast du doch schon Sitzplatz reserviert? Weil du müsstest ja direkt gekriegt haben eigentlich. Nein, den hab ich noch nicht gemacht, weil... Weil? Warum eigentlich? Ich hab sie noch nicht bestätigt. Naja, ich muss da mal überhaupt hinschicken. Und die Kartennummer und so. Na, dann mach das mal. Ja. Ja. Aber vorher... Ich will nicht der einzige sein, der schon bezahlt hat. Hahaha. Ich hab schon Sitzplatz reserviert. Ich glaub, du bist einer der wenigen, die schon bezahlt haben. Zumindest das letzte Mal, als ich geschaut hab. Du bist ja reserviert, oder? Ja, ist okay. Also. Ja. Machst du, machst du. Ja. Wenn ich zurückkomme. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Bäh. Ja, ja. Na, gut dann. Ja. Let's stop the server. Ja. Stop.